Herzlich willkommen Leute, ich bin's wieder, Tivos IP. Willkommen auf meinem Channel oder auf diesem Video. Das soll ein kleines Infovideo sein für euch, denn ich travel auf einen anderen Gaming-Channel. Ein Newcomer, sozusagen. Ein Newcomer Gaming-Channel, denn dieser Gaming-Channel besteht dann aus vier Personen, gegebenenfalls fünf. Je nachdem, wie viele mitmachen. Denn ich habe mich mit meinen Freunden, mit meinen Real-Life-Freunden, ja, auch Tivos hat Freunde, habe ich mich dann zusammengeschlossen und gesagt, hey, wie wäre es eigentlich, würden wir einen Gaming-Channel eröffnen? Und das haben wir dann auch wenig später gemacht, nur eben halt bisher sind Let's Plays von mir gekommen. Far Cry Primal, Link in der Beschreibung, falls ihr einfach mal auf Serious Mode langschauen könnt. Und ich denke mal, Tivos IP werde ich schließen. Denn Potenzial hat ja Crossfire jetzt nicht mehr. Aber ich werde dann andere Spiele auf Serious Mode spielen. Und trotzdem, dass ich jetzt inaktiv war auf YouTube, die eineinhalb Jahre, habe ich trotzdem noch meinen Spaß daran, Videos zu bearbeiten und eben halt zu entertainen, auch wenn ich nicht wirklich witzig bin. Wie auch immer. Und dieser Gaming-Channel besteht dann aus vier bis fünf Personen, darunter auch ich. Und dann ballern wir einfach nur, wir werden hart trollen und hart austeilen. CSGO, Far Cry Primal läuft ja jetzt erst bei mir, alle zwei Tage, nee, jeden Tag zwei Folgen. Und was kann man noch dazu sagen? Also Serious Mode ist einfach nur im Gaming-Channel mit meinen besten Freunden. Und ich finde, wir sind eine gute Mischung. Das ist wahrscheinlich so wie... Es war nervig und so unbeliebt wie Rot-Weiß in der Tube. Also Mario und Ketchup. Aber Ketchup und Mario sind trotzdem irgendwo gut. Und das sind wir dann auch. So wird euch uns beurteilen. Das würdet ihr dann eher beurteilen. Aber es wäre sehr nett, würdet ihr einfach mal auf Serious Mode gehen, da vielleicht ein Abo hinterlassen, wenn euch die Videos gefallen, die bisher drauf sind, weil bisher ist nur Far Cry Primal drauf. Und ja, das war es eigentlich. Ich kann mehr dazu gar nicht sagen. Wiederholen wir das nochmal? Schließen wir das? Schließen wir das? Fassen wir es nochmal kurz? Also, Tivus LP wird nicht mehr bestehen. Crossfire hat zu wenig Potenzial. Gaming Channel Newcomer, Serious Mode, der geilste. Mit Freunden. Tivus hat keine Freunde. Ah doch, er hat Freunde, aber zu wenig. Wie auch immer, dafür sind es die Besten. Und was war da denn noch? Ja, Serious Mode besteht. Link in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass ein Abo auf Serious Mode da. Deabonniert auf Tivus LP. Und habt einen schönen Tag. Oder like das Video. Nicht das hier. Auf Serious Mode. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wirklich. Also auf Wiedersehen. Bye. It's tea time, bitch. Ja, das fehlt immer. Wir haben noch. Bye.